Es schaut schon wieder so aus Es riecht schon wieder sehr nach Weihnachten, nach Kekse und Alkohol. Glühweinstandel an jedem Eck, jeder trinkt für einen guten Zweck und ein Punsch dazu, dann hat die Söhne eine Ruhe. Doch die Jungen mit ihren Kindern rennen hektisch durch die Stadt. Vielleicht gibt's ein Handy oder ein Tablet, das der Nachbar noch nicht hat. Und die Oma sticht mit Opas Zitt, da wird die Kekse los. Es schaut schon wieder so aus, wie Weihnachten, überall wo du gehst. Die große Geschenkejagd an jedem die Frage plagt, was schenke ich her, was noch keiner hat. Es schaut schon wieder so aus, wie Weihnachten, Geschenke in jedem G'schäft. Doch der schönste Geschenk ist Zeit, das wir verbringen zu zweit, beim Kerzenlicht vom offenen Kamin. Es schaut schon wieder so aus, wie Weihnachten, Geschenke in jedem G'schäft. Doch der schönste Geschenk ist Zeit, das wir verbringen nur zu zweit, bei Kerzenlicht vom offenen Kamin. Nur so, wie's Weihnachten für mich schenkt. Geschenke in jedem G'schäft. Untertitelung des ZDF, 2020